Ich löse die Gleichung jetzt zweimal. Einmal mit der Definition des Logarithmus und einmal mit beidseitigen Logarithmieren. Also erstmal mit der Definition. Ich teile durch 2 hoch x, weil ich will alle x auf einer Seite haben. Ich will irgendwie auch x gleich b, so irgendwas. Und dann habe ich hier 3 ist 3 hoch x durch 2 hoch x und ich wende jetzt diese Gleichung an. Ne, hier mit dividiert. Irgendwas durch irgendwas, dann kann ich gleich, also ich habe den gleichen Exponent und dann bekomme ich 3 halbe. 3 ist gleich 3 halbe in Klammern hoch x. Nun die Definition des Logarithmus, die habe ich da unten. Also x ist gleich Logarithmus zur Basis 3 halbe, das ist 1,5 von 3 und wenn ich es in den Taschenrechner reingebe, habe ich ungefähr 2,7. Gut, und nun das gleiche mit beidseitigem Logarithmieren. Genau, also. Ich mache auf beiden Seiten hier den 10er-Logarithmus hin und hier den 10er-Logarithmus. Ein bisschen ausführlicher. Also 10er-Logarithmus 3 mal 2 hoch x gleich 10er-Logarithmus 3 hoch x. Jetzt gibt es dieses Gesetz, dass ich die Potenz hier, Logarithmus, da ist es, ich kann die Potenz nach vorne schmeißen. Also hier habe ich x mal 10er-Logarithmus von 3. Und an der Stelle kann ich die Potenz nicht nach vorne schmeißen, weil da nervt dieser 3er. Also das muss ich jetzt hier noch vorsichtig weg tun. Da habe ich aber an der Stelle ein Mal, also nehme ich das Gesetz mit dem Mal, das habe ich hier aus Mal wird Plus. Also 10er-Logarithmus 3 plus 10er-Logarithmus 2 hoch x. Und jetzt kann ich dieses nach vorne schmeißen machen. Und 10er-Logarithmus 3 plus x mal 10er-Logarithmus 2 gleich x 10er-Logarithmus 3. Diese x müssen auf eine Seite, damit ich eine Chance habe. Also minus, da mache ich es, also minus x 10er-Log von 2. Das ist so ein ganzes Ding, das muss als ganzes Ding rüber mit minus. Und dann habe ich 10er-Log von 3 gleich x 10er-Log 3 minus x 10er-Log 2. Und ich kann da ausklammern. Ich habe hier ein x, hier ein x ausklammern, also x mal Klammer auf 10er-Log 3 minus 10er-Log 2 nachprüfen. Also x mal 10er-Log 3 gibt das, x mal 10er-Log 2 gibt das, passt, richtig ausgeklammert, 10er-Log von 3. Und an der Stelle, ich will x isolieren und ich habe hier so ein Mal und eine Klammer und dann muss ich heute teilen. Durch die ganze Klammer teilen, ja, also dividiert durch Klammer. Und dann bekomme ich 10er-Log von 3, Bruchstrich. 10er-Log von 3 minus 10er-Log von 2 ist x. Schaut ganz anders aus, wie das da vorne, aber x ist wieder ungefähr 2,7. Dieses beidseitige Logarithmieren bedeutet mehr rechnen, weniger denken. Und das Logarithmusgesetz finde ich, da muss man mal so ein bisschen nachdenken, ein bisschen geschickter sein. Und man hat es eleganter. Das Logarithmusgesetz finde ich, da muss man Україn sein. Untertitelung des ZDF, 2020